Das heutige Horoskop, Fische, 21. November 2023. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie über Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Kompatibilität mit anderen Zeichen. Du bist eines der sensibelsten Sternzeichen überhaupt. Als Zeichen können Sie selbst die subtilsten energetischen Veränderungen im Leben wahrnehmen. Wenn heute der Asteroid Pallas in das Sternzeichen Skorpion aufsteigt, werden Sie feststellen, dass Ihre Intuition und Ihr Einfühlungsvermögen gestärkt sind. Sie werden feststellen, dass Ihre Fähigkeit, Ihre Emotionen klar zu steuern, ebenfalls ausgeprägter ist. Pallas ist mit Mut, Weisheit und Stärke verbunden und hilft uns, das Männliche und das Weibliche in Einklang zu bringen. Konzentrieren Sie sich darauf, allen Angelegenheiten in Ihrem Privatleben auf den Grund zu gehen. Sprechen Sie über Ihren Karriereweg. Es könnte einfacher sein, Ihre verborgenen Gedanken und Gefühle über Ihre Berufung mitzuteilen, wenn der Mond im Wassermann im Sextil mit Merkur im Schützen steht. Das Sextil wird Sie ermutigen, selbstbewusst und dennoch distanziert zu sein, sodass es Ihnen helfen kann, Ihre Gespräche über Ihre Karriere von Ihren Gefühlen zu trennen. Dadurch sind Sie möglicherweise in der Lage, offener, direkter und ehrlicher darüber zu sprechen, was Sie von Ihrem Beruf erwarten. Nutzen Sie dies zu Ihrem Vorteil, um den Ton für Ihren Karriereweg festzulegen. Der einzige Besuch des Mondes in einem intuitiven und fantasievollen Teil Ihres Horoskops, während Venus, der Planet des Geldes, sich in Ihrem Finanzsektor befindet, hat Sie bereits als freundliche Seite gesehen. Bis der Mond morgen verschwindet, wird dies Ihr finanzielles Selbstvertrauen und Ihre Vorstellungskraft weiter stärken, während Venus daran arbeitet, in Geldangelegenheiten das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Eine unbeschwerte Verspieltheit zerrt heute Ihr Schild. Möglicherweise verspüren Sie ein erhöhtes Maß an Energie und den Wunsch, mit anderen zu spielen. Eine Partie Tennis oder Squash oder eine andere Sportart, die Sie mit jemand anderem ausüben können, ist nach Möglichkeit besser als alleine zu trainieren. Ihre Haltung wird attraktiv und sogar verführerisch sein. Setzen Sie heute Ihre Energie spielerisch frei, gehen Sie nach draußen und teilen Sie Ihre positiven Gefühle. Dies ist ein guter Tag, um Ihnen mit Kindern zu verbringen, falls Sie welche zu Hause haben. Wenn Sie darüber nachgedacht haben, zu heiraten oder ein Kind zu bekommen, ist dies ein ausgezeichneter Tag, um einen Schritt in diese Richtung zu wagen. Es ist ein Tag und bei dieser Schwingung geht es im Wesentlichen um Verjüngung, Geburt und Neubeginn. Sitzen Sie heute nicht auf Ihren Gefühlen und Gedanken. Sprechen Sie mit Ihrem Liebsten über Ihre Wünsche, um zu sehen, ob Ihre Gefühle geteilt werden. Überlegen Sie sorgfältig, ob Sie sich zu einer solchen Lebensveränderung verpflichten wollen. Sie werden es nicht bereuen. Es ist wichtig zu wissen, ob Ihr Partner in die gleiche Richtung denkt wie Sie. Wenn Sie jemals eine Ausrede brauchten, um den Wochenendgeist zu genießen, dann haben Sie ihn in Hülle und Fülle, denn Sonne und Mars verbringen Ihr letztes Wochenende in Ihrem Bereich voller Abenteuer, Reisen, Lernen und Entdecken. Zu wissen, dass beide nächste Woche um diese Zeit in Ihrem Karrierebereich sein werden und dieser abenteuerliche Teil Ihres Horoskops leer sein wird, verstärkt die Leidenschaft des Mars für Abenteuer und seinen Hunger nach den reichhaltigeren Erfahrungen des Lebens. Während Venus noch nicht zu diesem abenteuerlichen Teil Ihres Horoskops zurückgekehrt ist, sind es noch mehr als zwei Wochen und das Leben wird bis dahin deutlich geschäftiger geworden sein. Während Sonne und Mars Sie dazu auffordern, sich den Wochenendgeist anzuagnen, während Sie das letzte Wochenende in einem abenteuerlichen Teil Ihres Horoskops verbringen, beendet der Mond ein paar wichtige Tage in den Bereichen Kommunikation, Freundschaft und Beziehung. Während der Mond dies kurzzeitig zusammenbrachte, ist dies ein Fenster in die Unterstützung, die Sie erhalten wird, während sich der Asteroid Juno auf Ihren zehn-monatigen Transit durch Ihren Beziehungssektor einstellt. Vor allem an der Kommunikationsfront. Täglicher Planetenüberblick Unter dem Einfluss der zunehmenden Mondsichel im Wassermann werden wir ermutigt, in unsere einfühlsarmen und mitfühlenden Seiten einzutauchen und so für einen reibungslosen Ablauf des Tages zu sorgen. Diese Mondpositionierung erleichtert die Verbindung zu unseren wohltätigen und humanitären Instinkten und unterstreicht den Wunsch, zum Wohlergehen anderer beizutragen. Das vorherrschende Gefühl ist etwas zurückzugeben, was zu emotionaler Erfüllung, Zufriedenheit und einem tiefen Glücksgefühl führt, das sich aus der positiven Auswirkung auf die Gemeinschaft ergibt. Allerdings könnte sich der finanzielle Erfolg heute als aussichtslos erweisen, da unwünstige Angebote eintreten und die Versuchung besteht, spontane Käufe zu tätigen, die man später bereuen könnte. Es ist wichtig, nicht zu versuchen, die Situation zu beschönigen. Erkennen Sie stattdessen, dass es unter diesen Umständen zwecklos ist, Erfolg zu erzwingen. Während dieser vorübergehenden Himmelsausrichtung, die wenig Spielraum lässt, ist es von entscheidender Bedeutung, Verluste zu minimieren. Erwägen Sie, Zeit mit Freunden zu verbringen und sich an Aktivitäten zu beteiligen, die anderen zugute kommen und so die positive Wirkung auf Ihre Gemeinschaft verstärken. Ihre lobenswerten Bemühungen werden die Menschen auf natürliche Weise anziehen und eine kollektive Kraft für positive Veränderungen schaffen. Stellen Sie eine hilfsbereite Gruppe zusammen und erleben Sie die kollaborative Energie, die die Transformation katalysiert, die sich jeder wünscht. Betrachten Sie diese Situationen inmitten von äußerem Druck und potenziellen emotionalen Herausforderungen, die sich aus den Problemen anderer ergeben, als innere Kraftproben. Nehmen Sie eine konstruktive Perspektive ein und sehen Sie jede Schwierigkeit als Chance, Ihre eigene Position zu stärken und mit gesteigertem Selbstvertrauen aus Konflikten hervorzugehen. Während sich Sonne und Maß Ihrer Rückkehr in Ihren Finanzsektor nähern, gewinnen die letzten Tage von Merkur allein in diesem Reich an Bedeutung. Da Ihre finanzielle Situation und Ihre Geldangelegenheiten unmittelbar im Rampenlicht der Sonne stehen und der Maß Ihrer finanziellen Leidenschaften und Ihren Kampfgeist entfacht, nutzen Sie diese Zeit, um in Ruhe Strategien zu entwickeln und Ihre Optionen zu verstehen, bevor der energetische Wandel eintritt. Himmel für heute Der kürzliche Abgang des Mondes aus Ihrem Finanzsektor hinterließ bei Ihnen nicht nur gesteigerte Finanzinstinkte und eine Fülle an zu verarbeitenden Informationen, sondern markierte auch den zweiten Besuch seit Plutos direkter Wende und den letzten vor der Rückkehr von Merkur. Dieser Besuch dient als Einladung, Ihren Blick auf die Zukunft zu richten. Je näher die Sonne, der Mars und der Zwergplanet Ceres in den kommenden Tagen Ihrer Ankunft in Ihrem Einkommenssektor kommen, desto wichtiger wird allein die Bedeutung der verbleibenden Tage von Merkur hier. In nur drei Tagen wird die Sonne Ihre erhellenden Strahlen auf Ihren Einkommenssektor werfen, einen Tag später folgt Mars und einen weiteren Tag darauf Ceres. Diese Entwicklungen kündigen eine Zeit an, in der Ihr Finanzsektor mehr Planeten beherbergen wird als jeder andere Teil Ihres Horoskops, was eine Periode erhöhter Aktivität mit vielfältigen Stimmen und Einflüssen einläutet. Der Wert von Merkurys aktueller einsamer Präsenz und seinem ausgeprägten finanziellen Scharfsinn kann in diesen entscheidenden Momenten nicht hoch genug eingeschätzt werden. Ihre einzigartige Überzeugungskraft, gepaart mit der Freude an bedeutungsvollen Gesprächen, machen Sie zu einem überzeugenden Unterstützer für die Menschen, die Ihnen nahestehen. Diese Eigenschaft macht Sie zu einem entscheidenden Vermittler in Situationen, die Ihr Eingreifen erfordern. Wenn Sie sich mit solchen Dingen befassen, werden Sie möglicherweise sogar dazu inspiriert, ein Tagebuch zu führen, was Ihnen eine fantastische Möglichkeit bietet, Ihre kreativen Schreibfähigkeiten zu verbessern. Im Bereich der intuitiven und fantasievollen Beschäftigungen stimmte der jüngste Besuch des Mondes in Ihrem Finanzsektor mit der Venus, dem Planeten des Geldes, überein. Dieser harmonische Aspekt, der bis zum morgigen Abgang des Mondes anhält, stärkt weiterhin Ihr finanzielles Selbstvertrauen und Ihre Vorstellungskraft. Dies geschieht genau dann, wenn Venus eifrig daran arbeitet, die Ergebnisse Ihrer finanziellen Angelegenheiten zu optimieren. Diese Synchronicitäten tragen zu einer Zeit verbesserter finanzieller Erkenntnisse und kreativen Potenzials bei.